Als Unternehmen habe ich natürlich immer die Problematik, ich habe nun mal eine älter werdende Gesellschaft. Ich habe natürlich, wenn Menschen älter werden, mehr Wehwehchen. Ich habe immer noch die Bewegungsarmut, die wir ja im Westeuropa, in der industriellen Welt überall haben. Und ich habe natürlich sehr, sehr große Chancen, auch Mitarbeiter länger in meinem Unternehmen zu halten, sie ja längerfristig einsetzen zu können, wenn sie eben gesund sind. Und ans Unternehmen sollte man sich schon darum kümmern, okay, wie ist mein Mitarbeiter zum einen im Büro, vom Bildschirm oder auch an der Maschine irgendwie belastet, aber natürlich, wie bewegt er sich auch. Wir sitzen hier leider viel zu viel.